Deutsche Eltern sind fürsorgliche Eltern. Die kümmern sich um ihre Kinder. Einer meiner deutschen Kumpels, der hat mal U-Bahn verpasst. Die nächste U-Bahn kommt in zehn Minuten, der ruft seinen Vater an. Papa, ich habe die Bahn verpasst. Ich habe es aus dem Telefon raus, der so, ich komme. Ich mit meinen letzten 20 Pfennig gehe zur Telefonzelle, türkischer Vater. Du rufst ihn an, abends. Ich rufe an. Ich so, Papa, guck mal, ich habe S-Bahn. Kein Einschluss und eine Nummer. Ah, geht. Ich mache.